Heute möchte ich euch ein nicht ganz so neues KI-Tool vorstellen, was mich in die Lage versetzt, mich mit langen und komplexen PDF-Dateien unterhalten zu können. Seid ihr interessiert, dann bleibt dran, los geht's nach dem Intro. In meiner Arbeit habe ich es ganz oft mit langen und komplexen PDF-Dateien zu tun. Sei es Studien, Berichte, Regelungen für Projekte etc. Oft mehrere hundert Seiten, auch in einer anderen Sprache. Und da ist es manchmal wirklich mühselig, einen bestimmten Punkt dann auch zu suchen. Ihr kennt das ja auch durch eure Arbeit. Hier hilft mir oder kann mir helfen das KI-Tool chatpdf.com. Ein KI-Tool aus Deutschland, was ich ohne Anmeldung, ohne Registrierung auch nutzen kann. Ich gehe auf die Seite chatpdf.com und ihr seht hier schon direkt in der Mitte ein Fenster, drop pdf.hier. Und wie gesagt, ohne Registrierung, ohne Anmeldung kann ich hier am Tag zwei PDF-Dateien und maximal 120 Seiten im Monat auch bearbeiten. Wenn ich mehr brauche, muss ich zu einem Bezahlaccount auch greifen. Der Workflow, der ist relativ einfach. Ich habe jetzt hier ein PDF-Dokument auf meinem Desktop, eine englischsprachige Studie, die ziehe ich jetzt einfach hier rein. Chatpdf arbeitet jetzt hier mit und zeigt mir dann auf der einen Seite das Dokument an und auf der anderen Seite ist eben das Chatfenster, wo ich mich mit diesem Dokument unterhalten kann. Und ihr seht, da es eine englischsprachige Studie ist, wird jetzt auch mit der Text hier über mir auch in Englisch angezeigt. Das macht aber nichts. Weil ich kann zum Beispiel jetzt einfach auch auf Deutsch fragen, worum geht es in dieser Studie. Und ihr werdet sehen, Chatpdf erkennt, dass ich natürlich Deutsch schreibe und wird mir jetzt auch auf Deutsch antworten. Das heißt, in der Studie geht es um die Transformation der Arbeitswelt, der Ära der Automatisierung und künstlichen Intelligenz. Und jetzt kann ich ganz gezielte Fragen zu dieser Studie jetzt einfach stellen. Zum Beispiel, welches sind die Kernaussagen dieser Studie? Ihr seht, ich nutze hier eine Sprachsteuerung, daher nicht verwundert sein, dass die Texte einfach erscheinen. So, und jetzt kommen die Kernaussagen und zack, 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 wird mir das jetzt hier alles aufgelistet. Und ich kann wirklich ins Detail reinfragen und muss mir jetzt nicht die Studie, die wie viele Seiten umfasst. Ich schaue hier jetzt mal gerade, es sind nur 32 Seiten, aber ich muss jetzt hier nicht einzeln nachgucken. Das ist im Prinzip eine total spannende Sache. Wenn man mal betrachtet, dass zum Beispiel die Förderrichtlinien für Erasmus Plus Projektförderung irgendwie über 400 Seiten PDF sind. Natürlich brauche ich dann einen Pro-Account, um diese Seitenanzahl überhaupt bearbeiten zu können. Aber es ist doch wesentlich leichter, ich sag mal, mich oder die direkte Frage stellen zu können, als irgendwie 400 Seiten englischsprachiges PDF irgendwie durchwuhlen zu müssen. Wie gesagt, der Dienst kommt aus Deutschland, er entspricht den Regeln der DSGVO. Aber nur als kleine Randnotiz, das bedeutet nicht, dass ihr jetzt einfach so alles hochladen könnt. Immer darauf achten, wie sensibel sind die Informationen in den PDFs, sind dort personenbezogene Informationen. Denn auch wenn hier welche drin sind, braucht ihr die entsprechende Genehmigung dafür. Soweit, meldet mir mal zurück, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr diesen Dienst findet. Kennt ihr ihn? Kennt ihr Alternativen? Nutzt ihr so etwas? Für was nutzt ihr es? Bin ich mal total gespannt, mit euch in den Diskurs zu treten. Und bis dahin, alles Gute und bis bald. Tschüss.